Ich bin seit 1996 Mitglied der Vollversammlung der Industrie in Handelskammer Darmstadt und gleichzeitig Mitglied im Verkehrsausschuss. Mir war von Anfang an wichtig, die Interessen der Logistikbranche, insbesondere des privaten Güterkraftverkehrs, hier zu vertreten, versuchen unsere Lobby zu verbessern und die Leute immer wieder darauf hinzuweisen, dass ohne Lkw keine Versorgung möglich ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017